Wie das hier aussieht, das ist ja zum fürchten. Jetzt bloß nicht auffallen. Was war das? Okay, jetzt nicht durchdrehen. Nicht durchdrehen. Ich bin hier, um den Mörder zu finden. Und dieses Tagebuch. Hinter einer dieser Türen muss er ja sein. Ist er das? Der hatte doch ein Buch in der Hand. Das muss er sein. Da drunter ist doch was. Ich hab's genau gehört. Alles Ruhe da unten. Alles Ruhe da unten. Alles Silber? Oh Gott. Oh Gott, du bist wieder so. Scheiße, ich geh das an. Hast du was verstanden? Ja, du bist neu. Ich hab dein Gesicht ja noch nie gesehen. So ein Gesicht nicht mehr gemerkt. Was kriegen sie dir? Das sind Tye. Nein, das ist ja schon. Ich hab's wiedergefunden. Das sind mich jetzt wie Flankfrauen. Das war doch der. Ja, der wirst du auch machen. Egal. Wir sehen uns. Was war das denn? Wo ist der hin? Ich muss ihn wiederfinden. Ob man nicht die Kontrolle verlieren. Um die Wahrheit herauszufinden, muss er seinen Verstand verlieren. Sebastian Fitzek Der Insasse